hallo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge bei mir bei diesen paar kupon habe ich inform ich weiß jetzt nicht wer und es ist der ist auch am start und der ist hässlich ich weiß schreiben die kommentare hashtag hässlich in die kommentare bitte okay das war alles spaß der wald kalt ja das war nur spaß wieder der wie bei pixel alter kriegs immer immer schreiben die kommentare hashtag ja ja weiß jetzt nicht was ich sagen wollte fliegen wir noch ein team auf die ihr wer schön aber ich glaube es wird klappt keins kommt weil ich es spüre weil ich muss 19 uhr klatschroyal klein und ja zwei youtuber wo auch klatschroyal spielt sein name als mr mobile fanboy muss ich zu sein klein und der macht öffnet erst um 19 uhr deswegen wird schon lang sein also bis 50 uhr 18 50 oder 45 also zehn minuten machen wir schon hier mal richtig nice freut mich ja schon dass ich youtube kanal habe aber ich habe auch kein christmann alter warum weiß ich gerade nicht aber geht also ich habe alle besten schon naja pili fühlt mir noch bitte kommen bitte so bitte kommen wie mein bruder jetzt dinge kriegt jetzt muss ich wieder ein kriegen ist immer so abwechselnd aber ich glaube ich krieg keins nein nein kronkrotz 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 Ach, die Tür zu. Ich kriege leider nicht mehr gute Spieler hier. Also ein Info habe ich schon gekriegt. Das ist gut, aber... Da geht die Torti, die Tür auf den Gruppstich und Co. Also und so weiter von den Spielekarten. Alter, Mann, bitte. Bitte, ich will ein Torti. Hoffentlich ist es jetzt unter, wie heißt es, Scheiße, Ramos. Ich habe die ja schon, weil die will ich nicht mehr Doppel haben. Okay. Komm, los, Peck, Mann, los, Peck, los, Peck. Gut. Lämmos. Okay. Okay. Hey, was ist das? Okay. Ja. Das ist ein Alex Scheiße. Was ist das für... Ey. Die können auch gut sein. Ich habe nicht mal einen einzigen Monat gekriegt. Beziehungsweise das ist 84er Plus. Ja, das ist bei mir halt so. Dieses Mal Gruppen ist, die war aber echt scheiße. Diesmal habe ich echt richtig Unglück. In Form, der ist neu. Brasilianer. Brasilianer. Es kann Neymar sein. Nein. Carlos Eduardo. Ach, du Scheiße, wer ist das? Statistiken sind jetzt nicht so gut. Geht. Ach, und ich Neymar. Ich hatte gerade ihn vom Spanien, der Verteidiger. Wer? Martinus. Wer kriegt mal hier richtig gute Spieler? Komm. Totti, Brauchy, Totti. Ach, du Scheiße. Hüppwla. Die Legende, Legende. Ist gut. Das ist gut. Eigentlich mal wieder Legende. Oh mein Gott. 90er. 90er Rating. Die Statistiken sind auch eigentlich gut. Wie der eine da jetzt. Oh ja, jetzt kommt ein Scheiß. Soldado. Geil. Ich habe zwei, beziehungsweise drei, äh, Specialkarten, Legende und zwei in Form. Die restlichen sind nur zwischen Brose und, beziehungsweise Longwear und Goldspieler. Aber die, wo richtig scheiße sind. Manche habe ich auch. Okay. Erste Goldspieler, wo richtig gut ist. Pire, Emerick, Ober, Mejang. Und der Nächste ist, ach du Scheiße. Ich habe die Frage jetzt nicht so ganz gesehen. Okay. Das Statistiken müssen wir jetzt nicht schauen. Okay. Jetzt habe ich alles, ähm, in Form, Legende, Legende und, Futschäppchen. Ich will noch die. Die Team of the Year, Team of the Group Stage. Violett, Blau. Äh. Das gibt wieder noch. Want to Watch. Boah, Tay. Ecke ich mal. Richtig nice. Warte mal. Top-Ti. Tots. Tots. Die heute gibt es nicht. Äh. Was fehlt noch? Want to Watch. Äh. Want to Watch. Die Pink-Lila. Die Lilane. Also was fehlt noch? Aber ich weiß nicht. Man of the Match, genau. Die fehlen mir noch. Vielleicht fehlt da noch was. Ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ich habe eins vergessen. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ja, Marcelo habe ich noch nicht. Ja, jetzt haben wir den. Richtig nice. Freut mich sehr. Schon wieder. Schreibt einfach Hashtag Pato in die Kommentare. Hä? Was ist denn gut? Ach, scheiße. Okay. Kane. Könnte besser klappen. Aber geht. Der geht. Kane. Aber nicht Terry Kane. sondern Robby Kane. Dann ist er hässlich. Meier geht. Das ist Statistik. Ist nicht so gut. Aber. Team of the Year. Suarez. 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 Luis Suarez. Luis Suarez. Luis. Luis Suarez. Alter, Alter. Nein. Luis Suarez, Mann. Ja, Mann. Gott, Suarez. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Satia. Wieso? No way, Diggas. Ha. Nein. Ach, du Scheiße. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich muss mich ausruhen. Jetzt. Gib einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Und Hashtag Suarez, wer den schon hat. Und ja. Ciao, haut rein.